Herr Labrol, würden Sie bitte aus dem Becken kommen? Ich bin gerade so in einem Gedanken. Papa ist tot. Der Posten des Verlegers ist durch ein Mitglied der Familie Labrol zu besetzen. Verleger? Doch, ich. Du hast ja wirklich überhaupt keine Ahnung vom Verlagswesen. Probier ich das wohl. Ich werde mich um den Verlegerposten bemühen. Ah. Du bist der Leader. Denk dran, dass du das darstellbar machst. Was kostet denn so ein Teambuilding? Tristan Laboul, Innovationsmanager. Ich habe Tutorials geguckt. How-to-Videos. Ich kann Ihnen ein paar Links schicken, wenn du willst. Gibst du auf? Keineswegs gebe ich auf, Mutter. Wolfram wird noch darum betteln, seine Anteile abgeben zu dürfen. Röses, röses Mädchen. Ich hatte eine Affäre, habe sie aber beendet und jetzt bekomme ich keinen Killer. Du führst den Verlag in den Abgrund. Mehr Power. Schneller, schneller. Kind, mehr Brust. Wolfi, komm doch jetzt bitte runter, ja? Gleich. Tschüss. Bye. Tschüss. Bye. Tschüss. Friedργievifical. Tschüss. Und spruch. Und spruch. нее kunna unterscheiden. Nicht wahr? Mach da. Ich finde es gut. Oder krös. Alumchmalah. Das ist der erste Rêse. War Pizza mal ist? Untertitelung des ZDF, 2020